Wir stehen wieder, wie schon manches Mal, liebe Schwestern und Brüder, vor dem merkwürdigen Widerspruch, dass ein Heiliger, der immer noch, immerhin gibt es Reste davon, von einer Verehrung, stark verehrt wird, liturgisch quasi unter den Tisch fällt. Blasius ist so einer. Und das ist deshalb merkwürdig, weil wir von ihm kaum etwas wissen, außer, wie der große Oratorianer Baronius in seiner Kirchengeschichte festhält, dass der Bischof von Sebaste war, dieser Blasius, also in Armenien, und 316 bei einer Christenverfolgung ums Leben kam. Und dennoch macht sich an diesem Heiligen so viel fest, nicht nur, dass wir eine starke Verbindung zu der östlichen Christenheit in ihm haben, als die Kirche noch ungeteilt war. Unzählige Generationen haben sich auf ihn verlassen, wenn sie sich in Krankheit, vor allen Dingen alles, was so mit Hals und Schlund zu tun hat, ebenso wie auch bei Depressionen, alles, was geistige Dunkelheit bedeutet, an ihn gewandt haben. Man findet vielleicht in den späteren Martyrienberichten einige Anhaltspunkte. Es ist nicht ganz leicht zu verstehen, weshalb die Lichter, die am ehesten mit dem nahen Tag von Lichtmess zusammenhängen, weshalb es diesen Lichtsegen gibt. In einem Martyrienbericht heißt es, dass eine Frau ihm eines Tages, als er schon verhaftet ist und in einem dunklen Kerkerloch steckt, ihm etwas bringt, und zwar etwas von einem Schwein. Jenes Schwein nämlich, das einzige dieser Frau, das er gerettet hat. Die Berichte unterscheiden sich hier ein wenig aus dem Maul eines Wolfes oder aus dem Maul eines Bären. Aber das tut nicht so ganz viel zu Sachen. Als diese Frau hört, dass dieser heiligmäßige Mann verhaftet ist und in Kerkerhaft schlimm gehalten wird, kurz vor dem Tod steht, schlachtet sie selbiges Schwein, richtet ihm etwas her und aus dem Talg macht sie ein paar Kerzen, damit es in seinem dunklen Loch nicht zu dunkel hat. Und der Bischof ermutigt sie, immer wieder Kerzen anzuzünden. Und es sind Frauen, die immer wieder zu diesem Kerker ziehen, sozusagen eine kleine Lichterprozession machen und für diesen Heiligen beten. Und er verspricht es umgekehrt für diese Frauen und für alle, die sich auf die Kraft Christi verlassen, zu beten. Nach einem anderen Bericht, als er dann das Martyrium erleiden muss, sind es zwei Kinder. Schön, dass heute Abend zwei Kinder da sind. Das passt sehr schön. Sind es zwei Kinder, die mit ihm das Martyrium erleiden. Wir können die zwei Kerzen, die wir nachher kreuzen und durch die wir den Segen hindurchsprechen auf die Fürsprache dieses Heiligen, und wir können in diesen beiden Kerzen, in diesen beiden Lichtern die Kinder sehen. Unschuldige Kinder, die hell leuchten, deren Zeugnis hell leuchtet. Und die immer, das ist die ursprüngliche Kraft des Christentums, von der die ersten Christen schon sagten, ihr Gebet wird immer erhört. Das Gebet der Kinder dringt durch alle Wolken, dringt sofort zu Gott. Da gibt es keine Umwege. Das ist ein schönes Sinnbild. Wir sollten, so sehr alles im Moment im Schwimmen und im Schwinden ist, wir sollten die Verehrung gerade dieser Heiligen, die im Messbuch sozusagen, man muss sie mit der Lupe suchen, und die dennoch noch so stark sind im Bewusstsein, ob es ein Christophorus ist, ein Nikolaus, ein Blasius, und wie sie alle heißen, wir sollten ihre Verehrung wirklich hochhalten. Denn wir können uns fest auf ihre Hilfe verlassen. Und dann, wir können uns eine Äisson schinden, wo wir heute noch einmal die Erfung auch im Leben ausprobieren. Dionysius Lachstin das Gebet der Leihetreile der Leihetreile der Leihetreile der Leihetreilfeuille, der wir nun noch mal die Liebe ausprobieren. Und wir können uns das auch immer noch von der Lachstin das Gebet der Leihetreile der Leihetreile zu haben, bei der Leihetreile der Leihetreile der Leihetreile der Leihetreile der Leihetreile Bistrealei. Vielen Dank.